Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, zurzeit ist ja hier in Berlin die internationale Funkausstellung. Ich werde diese Ausstellung auch besuchen. Gerade das Thema Einsparung von Energie steht ganz oben auf meiner Tagsordnung. Vielleicht werden wir erfahren, wohin das Licht eigentlich geht, wenn man es ausschaltet. Mein Mann behauptet nämlich, dass das Licht nach dem Ausschalten bei uns zu Hause immer sofort in den Kühlschrank geht und wenn ich mir nachts dann ein Bier in der Küche hole und die Tür vom Kühlschrank öffnet, da muss ich sagen, der alte Passe bricht. Mir spaß einfach SDR 3. Bis zum nächsten Mal.